Die Regelung sind dir auf die Fraktionen angewiesen. Du solltest dich an einer anschließen. Sprich mit den Maradeuren, den Bündnissen und dem Syndikat und entscheide dann, welche Fraktion du beitragen möchtest. Möchtest mir also zuhören? Allein wir haben den nötigen Verstand, um dieses Ortes zu entretzen. Wir werden die Geheimnisse der Falle verfolgen. Um dich zu sehen, der Funke spendet dir Lebenskraft. Glaubst du, du hast... Entscheide dich für die Fraktion... Ich kann deinen Zögern verstehen. Die Fraktion... Bist du zurück, um dein Leben dem Licht zu widmen? Sieh zu, wie du klackernst. Du kommst ins Licht und das Licht kommt...